Leute, es ist ein Video, ich kaufe jetzt ein Charaktere, wo kann man, da kann man Charaktere kaufen. Ja, habe ich auch was, will ich dir auch was freigeschalten. Hey, ich habe was freigeschalten. Ich will den kaufen, Digga. Ich habe den freigeschalten. Ja, geil, Leute. Achso, weil du den gewählt hast, soll ich halt hier nicht, Mann. Geil, Leute. Okay, Glänz. Gut, Leute, das war's mit dem Video. Nein, komm mal, wir machen jetzt noch die Feuerwelt. Ui. Ich sage mir, ob das die Welt ist, was ich meine. Warte, ich will gerade schauen am Ende. Nee. Keine Ahnung. Wie ist da hinten? Komm, lass da. Es gibt schon eine Welt mit Musik, wo man beim Takt was machen muss. Ja, ja, diese Trommel, gell? Ja, genau, das ist meine Lieblingswelt, Alter. Die ist so geil. Wo man einfach nur durchrennen muss. Und traumen muss. Ähm. Äh, hä, hä? Geh, weg, weg, weg. Was ist das ein Scheiß? 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 Donald Duck, oder was? Ich finde das geil. Da fallen mir der Film Koko ein. Warum Koko? Was hat Koko mit Hühnern zu tun? Nein, diese Totenköpfe da. Ach so, ja, ja. Mir nennt er die Süßigkeiten als, ähm, ja, ich hätt ihn da viel nochmal, Alter. Die sind Gaming-Sachen da. Die sind komische Muskeltypen mit dem kleinen Mädchen. Was? Was? Keiner auch so meinst du gern. Weil da muss der komische Typ das fressen, damit wir weiterkommen, denn? Ja. Wie geil. Die hier muss fressen, ich auch recht voll entspannen. Oh, oh. Die kriegt voll chillig. Die, diese Skelette da rennen, bin ich voll am Koko. Äh. Äh. Da oben ist dein Ding. Oh. Ich schlafe nicht. Oh, frisst das auf, dass er runterfliegt, die Küsse. Wir müssen da raus. Die, warte, nein, frisst das auf, dass er runterfliegt. Okay, dann mach ich. Ich bin tot. Ja, die ist schon Musik, Alter. Die haben mich noch ein bisschen an Bob Marley irgendwie so. Keine Ahnung, ob er Bob Marley ist, aber Tor. Okay. Den hätten wir befreien müssen. Egal. Ui. Egal. Super. Digga. Da oben ist was, oder? Hallo. Komm mal da oben. Dann bist du da hinkommen. Uuuuh. So. Geh rein. Du bist so faul, Alter. Du bist so faul, Alter. Du bist so faul, Alter. Hä? Was ist das, Junge? Lava. Warte mal. Wieso will man das denn machen mit der Lava? Super. Wir wollen das machen. Hä? Warte mal kurz. Ich muss gerade überlegen. Wie? 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 Wie geht das? Ich checke es nicht raus. Ich auch nicht. Ah! Was denn? Ja, vergisst du auch, dass wir ihn nicht mal durch kennen, oder? Ich frage mich also, warum sind wir auf einmal Enten? Keine Ahnung. Check das nicht. Oh je. Ah! Das finde ich am kompliziertsten. Wo bist du? Hoppala. Die arbeitet mich davor. Ist es da oben? Hm. Ich glaube, es ist ein Ding. Was ist da oben jetzt? Kann man gleich nachschauen, was da oben ist. Ich glaube, wenn ich da rauf fällt. Oh oh! Nein! Nein! Oh mein Gott. Ich bin tot. Michael, ich wäre fast gestorben gewesen. Zuckerzeug da. Zuckerzeug. Der ist die Nichts oben! Ich bin ja nicht dumm, Marvin. Woher? Nein! Hey, was ist das Ding? Das ist so creepy. Der Hintergrund. Ich glaube, ich würde mich heute einträumen. Nein! Mal kurz. Wir müssen malen. Ich schreck mich dauernd. Jetzt. Ich bin ja nicht mehr so das ich war. Ich bin ja in der ganze Zeit. Damit ich nur mitfahne, was wäre. Ich bin ja in der Zukunft. Ja, ich bin gespannt. jedoch nicht da rein ich machen kannst nicht doch merke ich nicht den boden nicht den boot ich hab immer alles ich hab immer alles zum unsrennen oh nein oh nein mann ich hab immer das zu unseres mahlst oder super morbin ha tut zufried nein oh das war falsch ja, Entschuldigung ja wie machst du das kann ich machen ja dann macht er irgendwas genau falsch ah nein unten unten was ist unten denn Digga ist im Weg du blind waaat der fritzt es auf aaaah ah natürlich Digga Digga das ist ja auch ohaaa ich cheate oh ok ich cheate nicht mehr guck wir können das nicht mehr machen ah doch oder? ja das will nicht bebacken Digga warte mal du ziehst es wieder grad so in die Länge warum in die Länge? fuck flieg doch einfach hoch Digga ich kann scheiß drauf drauf Digga ja schon du warte auf mich oder? du ziehst es wieder in die Länge oh oh nein oh Digga töte mich du bist so dumm der umschlagst so mini du trottel die Mauer ich werde verteidig aber ich hau doch jetzt heute im 'rell du 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 huh du 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 tu du ich habe keinen bock mehr ich weiß nie was ich wer ich bin oder da ist doch logisch mit dem ritterhut so einfach ich hab keinen bock mehr ich verliere die lustiger für die lust ich verliere überhaupt nicht die lust was ist denn scheiß ich hab die kann nicht gerade kannst du aufhören zu schnell zu sein danke ich will vorgehen ich darf hier machen speedrun ich bin so weg boah ist das gemein alter der selbe, ich hab mir das schwerstehende genommen unabsichtig man scheinbar scheiß auf die München warte, hilf mich, hilf mich schwur warte ich sagte warte ich weiß nicht, wo du tot bist, Junge wie soll ich das wissen ja, wenn WACK hörst, dann bin ich tot ja, ich schaue auf dein Charakter ich schaue auf deinen Charakter muss ich auf meinen schauen ich schaue auch auf deinen, Alter, warte ne, warum schaue auf meinen, nigger schaue auf deinen, sonst stirbst du wieder so wie jetzt da waren gerade siehst du ich bin tot, bin tot, bin tot ja, so ist besser, ich bin tot, bin tot, am weiten wenigsten vorsichtig, Digga jetzt weiter alles auf, oben, hä? hua neiiiin so, wir machen uns aus mit einer der Blase ist dann wieder gerettet und nicht einfach weiter gehen so, wir machen uns aus genau so müssen wir spielen, soo neiiiin mach doch auf super du hast es verschrien, du Arschloch mach doch auf, einfach, hä? schaue mir jetzt und deine Mutter leise ich eigentlich aaaah pfff jetzt ist die schon kommen am Montag dann, Digga's hat sich so gemacht, wir haben Weinen getaubt sind halt wieder ausgerastet ja ja, man da haben wir noch eine Arbe im Beistussarbeiter ja 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 was ist das für ein Scheiß ich spiel das nicht mehr mit das ist mir zu schwierig, Alter ja gut, Leute das war's mit Part, keine Ahnung was äh, ich weiß 3 Nein doch ehrlich? ja 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 tschau Leute tschau Leute